Manchmal scheint im Leben alles perfekt zu sein. Doch dann kommt eine Situation, die das ganze Glück zum Schwanken bringt. Ich glaube eigentlich nicht an einen Gott. Würde es einen geben, dann würde er seinem Werk nicht solches Leid zufügen. Hast du Angst vor der Geburt? Ich meine, das soll ja. Ruhe, Edon. Ich will das nicht mehr hören. Das ist kein Thema. Punkt. Und mit dem Wissen, was der Stadtteil gibt, kann man kein Kind einleeren. Die U-Bahn-Aufsicht will zumachen. Kommt's, das ruf ist wieder die Käuerei. Mein Gott, ist das nicht schlecht für das Kind? Und wenn du es das nächste Mal machst, dann schneit der Länge nach. Du nennst Mann, unser Kind Problem. Aber wenn ihr zusammenhaltet, dann werdet ihr schon schau. Du lachst mir ins Gesicht, ich seh den Tränen nicht. Merke nicht, dass etwas anders ist. Anders als sonst trägst du dein Haar. Doch ist meine Frage, wie es wirklich mit dir geht. Also wieder哨ge. Ich muss mir elf nicht mehr tror. Ja. Verscave Wie. 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 Vielen Dank.